Mit unserem folgenden Bericht gehen wir nun einmal mehr auf Zeitreise. Wir gehen zurück in das Jahr 1996. Im August vor 20 Jahren standen die Beschäftigten des Hotels Stadt Zwickau vor einer ungewissen Zukunft. Das einstige Vorzeigeetablissement war zu einem Spekulationsobjekt geworden, wie so viele kurz nach der Wende, als die Treuhand im Osten der Republik das Sagen hatte. Eine Frage beherrscht das allgemeine Interesse. Was wird aus dem einst so renommierten Hotelstadt Zwickau in der Mulde statt? Seit dem 15. Juli, so ist es jedenfalls am Hoteleingang zu lesen, sind Betriebsferien. Betriebsferien für immer? Für die Hotelangestellten, die mit viel Engagement nicht erst seit der Wende dem Hotelpersonal größtenteils angehören, scheint das endgültige Aus gekommen zu sein. Dem einstigen Hotelbesitzer Liebermann bedeutet das konkursgegangene Haus wohl nichts. Liebermann, der sich seit Anfang des Jahres im benachbarten Tschechien aufhält, baut dort ein neues Hotel auf. Mit welchen Geldern? Das ist fraglich. Gespenstisch zeigen sich die leeren Gänge, Zimmer sowie der verwaiste Parkplatz des Hotels Stadt Zwickau. 1991 erwarb Roman Liebermann, Mitglied der Firma Gastrolux, das Hotel von der Treuhand. Die Firma Gastrolux, so geht es von Briefbögen und Poststempeln hervor, befindet sich in Luxemburg und lässt sich jedoch nicht sicher nachweisen. Die aufgenommenen Kredite wurden nicht zurückgezahlt, mittlerweile belaufen sich die Schulden auf 9 Millionen D-Mark. Da sich bis dato kein Interessent gemeldet hat, steht nun das Haus vor der Zwangsvollstreckung. Bei einer Versteigerung, so lautend nach uns vorliegenden Informationen, will der Ex-Chef Liebermann mitbieten. Viele Fragen scheinen die Machenschaften von Liebermann zu vernebeln. Was passierte mit den Fördergeldern in Höhe von 2,3 Millionen Mark, die Liebermann für die weitere Sanierung des Hotels erhalten hat? Auch die Banken fragen sich, wie die abgerechneten Leistungen durch den ehemaligen Hotelchef nachweisbar sind. Seit fünf Jahren steht der Nordflügel unvollendet als Bauruine da. Die Weitsicht Liebermanns zeigt sich hier besonders deutlich, da er den Notausgang des Hotels, jedoch nicht seinen eigenen, verbauen ließ. Sieben Zimmer, allerdings fast ohne Möbilar, wurden durch Roman Liebermann saniert. Diese Kosten dürften wohl nicht die Millionengelder aufgebraucht haben. Im Hauptgebäude dagegen wurde seit der Wende nichts verändert. Guter DDR-Standard stand den Hotelgästen zu teilweise überhöhten Preisen zur Verfügung. Wo ein Teil der Konkursmasse abgeblieben ist, kann nicht nachgewiesen werden. Vermutungen gehen nach Tschechien zum neuen Liebermann-Hotel oder auch Gastrolux-Hotel. ZTV versuchte mehrmals telefonisch mit dem Ex-Chef in Tschechien in Verbindung zu treten. Als es wenige Tage nach Ostern einmal gelang, versprach dieser, in allgemeinem Interesse Licht ins Dunkel bringen zu wollen. Bis dato ein leeres Versprechen. Leider hatten wir bei den letzten Versuchen nur Glück mit dem Anrufbeantworter. Sollte sich doch noch ein Interessent für das Hotel melden, so signalisieren die Banken Preisverhandlungsbereitschaft. Der Wille des Zwickauer Hotelpersonals, den Betrieb aufrecht zu erhalten, war groß. Gäste wären genügend vorhanden, nur am Geld mangelte es. Das nun wohl für eine neue Investition von Liebermann arbeitet. Die Banken erteilten dem Ex-Hotel-Chef mittlerweile Hausverbot. Dieser will jedoch siegesgewiss zurückkehren. Wie er sich äußerte, ehe es Tag wird, muss es erst Nacht werden. Nacht ist es für die Hotelangestellten längst schon geworden. Ob Herr Liebermann aus dem Schneider ist, bleibt abzuwarten. Die eingangs gestellte Frage zur Zukunft des Hotels hat die Brandstiftung vom 3. Juni 2015 inzwischen ein für allemal beantwortet. Das Gebäude in der Bahnhofstraße ist nicht mehr zu retten und soll abgerissen werden. Wann, steht derzeit noch nicht fest. Die Verkaufsverhandlungen zwischen der Stadt und dem Besitzer seien ins Stocken geraten. Wie es weiter aus dem Rathaus heißt, geht von der notgesicherten Ruine aktuell keine Gefahr aus.